Hallo, ich bin Marlina, ich bin 16 Jahre alt. Ich befinde mich gerade in Arkansas in den USA, ich bin jetzt schon seit vier Monaten hier und ja, es ist Dezember und genau, bald ist Weihnachten und deswegen dachte ich mir, kann ich mir meine Weihnachtsmusse aufsetzen? Ja genau, außerdem ist heute auch eine Weihnachtsfeier, da werde ich hingehen und ich nehme euch jetzt erstmal bei meiner Vorbereitung mit, ich werde Brownies backen und auch Weihnachtskeks. Genau, viel Spaß! Meine Gastfamilie und ich haben uns alle matching Pyjamas gekauft und genau, die Mädchen haben hier so ein süßes Kleid. Passend dazu auch Weihnachtssocken. Ja genau, und das ist unser Weihnachtsbaum. Ein sehr bunter Weihnachtsbaum. Aber ja, und da oben ist ein Engel. Was ich persönlich mega süß finde, ist, dass meine Gasteltern eine Tradition haben, dass sie sich jedes Jahr zu Weihnachten ein Ornament schenken mit einer Bedeutung und das ist dann der Wunsch für den anderen fürs nächste Jahr oder generell, was eine besondere Bedeutung hat. Ja genau, ich kann euch hier mal ein paar zeigen. Hier zum Beispiel, das hat meine Gastmutter meinem Gastvater letztes Jahr geschenkt für Abenteuer für das nächste Jahr und da ist sogar die Jahreszeit drauf und welche das verschenkt wurde. Und ja, das ist 2020. Dann meine Gastschwester, hier ihr erstes Weihnachten letztes Jahr. Und ja genau, hier auch nochmal, Baby's First Christmas. Ja, ich finde das auf jeden Fall mega süß und ja, hier sind verteilt so ein paar von den Ornamenten. Hier zum Beispiel, das ist auch mega süß, das sagt Three Piece in a Pot. Genau, weil letztes Jahr war meine Gasteltern ja mit meiner Gastschwester zu dritt und genau, das finde ich auf jeden Fall mega süß. Ich mache jetzt erstmal die Brownies für die Weihnachtsfeier. Die sind ehrlich gesagt etwas faul und mache einfach eine Backmischung. Ja genau, aber wir hatten die schon öfters und die schmeckt sehr gut. So, jetzt muss ich das erstmal alles mixen. Genau, ich würde das jetzt auf jeden Fall alles euch mit dem Mixer mixen. Genau, das kommt jetzt erstmal in den Ofen. Ich bin jetzt von der Feierbinde zurück. Das war auf jeden Fall sehr cool. Ja genau, und jetzt werden wir eine Challenge machen, meine Gastfamilie und ich. Und zwar werde ich deutsche Wörter auf Zettel schreiben und dann werden sie Zettel ziehen. Und dann müssen wir das Wort versuchen gut auszusprechen und dann raten, was das bedeuten könnte. Und bei der Feier haben wir Dirty Center gespielt. Und zwar hat jeder ein Geschenk mitgebracht und dann hatten wir, hat jeder eine Zahl, die die Reihenfolge sagt, wer anfangen darf, ein Geschenk auszusuchen. Und wenn dann jeder ein Geschenk hatte, ist man, hat man wieder von vorne angefahren und derjenige mit der Nummer 1 fand dann aus, ob er irgendein Geschenk von jemand anderem klauen möchte. Und dann der zweite Reihe war immer so weiter. Und ja, genau, ich kann auf jeden Fall auch, ich würde auch mal zeigen, was ich bekommen habe. Und zwar habe ich Kissenhüllen bekommen, wo Merry Christmas und sowas draufsteht. Ich glaube, es sind vier Stück oder fünf Stück. Und genau, ich persönlich habe eine Kuscheldecke verschenkt und Races. Das sind jetzt auf jeden Fall die Kissenhüllen, die ich beim Dirty Center bekommen habe. Genau, ich habe auf jeden Fall noch vor, dafür Kissenfüllungen zu kaufen. Meine Gastfamilie wird jetzt über den Tag raten und auch versuchen, sie auszusprechen. Ich schreibe das Wort hier mal auf das Wort hier und dann werde ich es ihnen zeigen und sie werden es versuchen, es auszusprechen und dann auch raten, was es bedeutet. Geschenk. Ja, wenn das gut war, dann würde ich sagen, Geschenk. 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 Ja, das ist was wir gesagt haben. Das ist was wir gesagt haben. Das ist genau das, was wir gesagt haben. Das ist was wir gesagt haben. Okay, dann try, try to think what it means. Dann können wir das mal wiederholen. Du kannst du deinen PIN oder deinen PIN oder nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Guest. Es ist alles christmas-related. Do wir geteilt? Es ist alles christmas-related? Ja. Das ist christmas- Ja, ich weiß nicht. Du kannst ihn das. Was? Ich weiß nicht, dass er alles christmas-related ist. Ja, wir haben zu können. Das ist okay. Es ist nicht die christmas-tree, aber es hat etwas zu tun mit dem, die die area. Die? Die? Die area. Ich glaube, es ist ein Schlauch. Ich glaube, es ist ein Schlauch. Ich glaube, es ist ein Schlauch. Ich denke, es ist ein Schlauch. Das ist ein Schlauch. Ich dachte, es ist ein Schlauch. Und dann hast du das gemacht. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Aber ich weiß nicht. Okay. Garlon. Du willst so sie wissen, was er denkt es ist? Das ist ein Gerlander. Das ist ein Gerlander. Present. Presenten. Nein! 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 Okay. Stern. 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 Stern jätte. Ehm. foi ein Schlauch. Now I'll try a few guess. Men. Ich denke nicht. Das ist etwas... Echt mit dem, der Skye. Der Skye. Ich sag die Skye. Okay. Ich sag das gerade. Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Ich habe es nicht. Ich habe es Fire Fire? Okay, du? Ich habe es Santa. Star. Das ist mein Name. Ich habe es gesagt, dass du dein Name hast! Fire Santa Das ist ein Name Santa is a Name. Das ist ein Father Christmas. Wie Santa Claus? Ja. Binachtsmund. Sie? Das ist so gut. Das ist die Idee. Das ist die Idee. Das ist die Idee. Oh, ich weiß das. Ja. Ja. Teilenbomb. Oh Teilenbomb. Oh Teilenbomb. Oh Teilenbomb. 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 Oh Teilenbomb. Oh Teilenbomb. Your vows are so misleading. I can't write it down, but Christmas tree. Christmas tree. DJ! Oh Teilenbomb. That's one word. Schlitzschlaufen. It wasn't bad. Schlitzschlaufen. 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 Your guess. But. I can see everything. Okay. Just try. I can tell you. Shoe means shoe. Oh. Then think about what you can do. Christmas shoes? What you can do during Christmas time. With a shoe. Okay, I'm ready. I'm not stalking. Stalking? Stalking. No, I don't know. I don't know. Oh. What is that? No, no. My hair will be bad. Ice skating? Okay. No, I didn't know. So. I don't know. You didn't? I didn't right now. Ice skating? What? Yeah, ice skating. Schlitzschlaufen. What does it mean shoes? Yeah, shoe. Like your shoe and your eyes. What in that means ice? Oh no! So nothing in that meant ice? I mean, Schlitzschuh is like your ice skate or what's the name of your ice skating shoes? Ice skate? Yeah, ice skate. Schlitzschuh is ice skate. But Schlitz, because Schlitz means like... Slime? Slide. Ohhhh. Slide shoes. I like it. Or ice shoes. You can also say ice laufen. That would be so easy. Oh yeah. Yeah, maybe. If you say... If you say something with ice... What? That's Schlitzschlaufen. This is going to be one chaotic vlog. Schlitzschlaufen. They're going to need to translate all of them. Oh no! They're so long. Dude, just have to stop them. Okay. Ween gong gong. Is that something... Weenox decoration. What? Yeah, two words. Yeah, two words. Right. No, it's one. Oh, my time you can't see. Oh, shit. Weenacht decoratioon. Weenacht decoratioon. Weenacht decoratioon. Weenacht decoratioon. Oh, don't be... Oh, don't be a... Decora-cion. Oh, don't be a... What? No. It's like there is in Italian it. Decoratsioon. Yeah! Like it's like... Okay, guess what it means. Actually, it's pretty easy. Decoration of... You don't know what this means? Weenacht... Weihnachten We have Christmas in every language Actually it's the only language you do know And I was like Vinny you just said Christmas Lebkuchen Lebkuchen She always just like nods at you and then goes on to me Lebkuchen 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 Kuchen? Do you know what kuchen means? Kitchen No it's cake Fruit cake Fruit cake We're supposed to be writing it down Think about Christmas and think about German Candy Cookies When I say this it's easy for you Think about my cream Oh I like cream a lot Cookie pie Gingerbread Gingerbread cookies Gingerbread Gingerbread I get to buy some Undecides Oui I'll go back to writing now Yine Wife Why not? Fine Yeah How about Es ist ein... 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 Ich will das Teil 2, Vinnie! Ich will das Teil 2, Vinnie! Ich will das Teil 2, Vinnie! Okay, Toby, was du singst? A Christmas Carol Ich weiß nicht, was du singst? Ich weiß nicht, was du singst? A Christmas card A Christmas paper Ich wusste es! Ich wusste es! The look on your face told me but also the fact that you just said Vinnie The look on your face told me I must do it She's like, I don't know what that means Yeah, you can have it Are we gonna try to smell something? No, 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 no That'll be fine Okay, maybe, maybe Oh, I got it! Yes! Wait, try to pronounce it Schneemann 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 Yes! So easy Did you know that one? No The German Duolingo does not work I mean, it's like English I know how to say Brot und Wasser No I want a water Green water No, costume I don't know how to say I want I'm not that invested Now it's an easy word like it's in you to spell because you know one word of it You saw it often Frohe Weihnachten No Frohe Frohe I have to Frohe Frohe Weihnachten No, I like to do it in April No, you saw it so often Frohe Weihnachten Where to spell Can I have one of those aspen? Yeah, try to spell it Aspen, give me the marker Can I have it? Down No, write it down Thank you Write it all down And then you can say it again Frohe Weihnachten Frohe 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 Fine Fine Frohe Weihnachten Oh, good Frohe F-U-R-H-E-R Wait, wait, wait W-E-R-E-R Okay W-E-R-E-R Is it R-E-R? Is it R-E-R? Is it R? Yes, it always F-R-U-R-H-R My father? Okay, are you first? F-U-H-E-R Okay, I will say it F-U-H-E-R-W-E-I-N-A-C-H-T-E-N Okay No, don't say it in my name Don't do my name I write down F-U-H-E-R-W-E-E-N-A-C-H-T-E-N I really hate that F-U-H-E-R-W-E-E-N-A-C-H-T-E-N Do we guess what it means? Yeah, guess what it means A Christmas flower Father Christmas F-H-U-H-E-R That's what you said too? Okay So Almost everyone did this right But you just forgot this one Also generally people forgot the H Actually Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht Also, was du denkst, was es bedeutet? Father Christmas Father Christmas Ich weiß nicht, es ist nichts Material, sondern es wird etwas sagen Merry Christmas Oh, das ist ein Torhörger Gott, oh, Gott Ich habe das schon mal gemacht. Jetzt kommt es noch mal. Schnee. Oh, wait, wait. No, wait, no, because it is 9. Ja, Thomas ist rein. Oh, das ist das? Das ist das? So, um, S-C-H-N-E-E S-C-H-N-E S-C-H-N-E-N S-C-H-N-E-N Schnee Okay, Thomas ist rein. Starts, start. She got to put the E And you have to put not the N You have to put the C We have to say That's my guess Slade? Oh, Schlitten Schitten Schitten Not slay Slay Oh Okay But it's similar You take the slay To go in You don't take the slay You go in the street You go in the slay I know I guess I know the Italian But people go with the slay Yeah, I know I know I know what you mean reindeer Magic No, like I know the Italian name Italian name This one Oh, that kind of slay Snow Yeah Got it I know the type of slay Yeah, it's like So, now One more But this time I have to write it down Time I don't like Weinachts Bakery Weinachs Bakery Weinachts... Bakery Yep, that is the same Weinachts Beccerei Beccere Okay okay so the ah with the two dots at the top of it makes it ah is it yes like it's like a and e okay like but the e is like an ah this that that e okay okay actually it's not too hard to know what this means and then this is factory i think it's christmas factory yeah this one's factory i like a christmas cookie yeah christmas cookie yeah i think i won the guesses yeah i won the spelling yeah yeah vinnie nothing oh okay that's water fine i hope it has gustado are you gonna tell him who we are oh yeah that's my gaspater toby that's my gasmutter you already know me and this is Binnie, ich will nicht sagen, was du your name? In Thailand Ja, do we? Mein Name ist Binnie, in China Yay! Bye! Das ist Espen Say hi! Say hi! Hi! She's tired Bye! Bye! Bye!